Blicken wir noch einmal in die jüngere Vergangenheit zurück. Wie wir hörten, sind Oster 1994 die letzten Dampfzüge auf der Stadtbahn unterwegs. Nur 3204 hat einen D-Zug nach Magdeburg am Haken. Untertitelung des ZDF, 2020 Unter dem Motto Metropol werden drei Tage lang Züge ab und nach Berlin mit Dampfloks bespannt. Auch 011531 ist mit von der Partie. Untertitelung des ZDF, 2020 Fast alle Szenen sind heute nicht mehr machbar. Zum einen hängt der Fahrdraht, zum anderen haben Neubauten das Bild entlang der Stadtbahn grundlegend verändert. Untertitelung des ZDF, 2020 Versorgt werden die Schnellzugloks im Bahnbetriebswerk Lichtenberg. Fünfmal Hochrad zusammen in einem BW. Jeder will sein perfektes Foto haben. Die Kommentare der Fotofreunde sind entsprechend. Blinden und Blinden und Idioten. Weiß da, weg da! Mach doch mal ruhig, mein Kanarien-Vorpommern. Du bist doch mal! Mann, das ist ja so schwer! Aus, lass den Klingeln! Geh doch mal weg, du! Auch 18201 und 01137 sind mit dabei. Mit einem D-Zug aus Frankfurt-Oder müht sich die Dresdner Maschine. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Schnellfahrlok 18201 ist im D-Zug-Einsatz. Am frühen Morgen erreicht sie mit einem Zug den Bahnhof Alexanderplatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr dürftet 5,5 AM Pommer ab adrenaline pouquinho, Not custodinformation zu nehmen. Hopping out etwas clearly durch die Br forme auf zweiter adaptiert. Am flexиком kommtソ連acht. Am flex in Offnung liegt dressen. Fün aufera, Politiker común regelmäte den Job 당신nox in einem Torwart hinzustellen. Schnellfahrt. Am jedem Bilder von sofort podéis bei dir. Ein Spektakel, das bis heute seinesgleichen sucht. Zug um Zug dampft durch die Stadt. Zu den Höhepunkten zählten die Leistungen vor russischen Weitstreckenwagen. Kreuzung in der Wuhlheide. Ein Zug der Berliner Parkeisenbahn grüßt die Große Eisenbahn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017.